ja ich wollte ja eigentlich weitermachen aber nur wurde es ja leider verwehrt doch dann kann ja stimmt ich habe noch keine ahnung wo ich habe ich kennengelernt habe denn auf den server gekommen bin den du mit terrarien gemacht hat ist oder ihr da war jemand der pfeil ins knie du weißt eigentlich gar nichts mehr weißt du nicht mal mehr wie uns kennengelernt haben ich glaube ich bin tot hätte ich einen millimeter nach links reagiert hätte ich überlebt habe ich gemacht da kannst du dich eigentlich noch erinnern da war gerade ein zombie im weltraumanzug ja kann ich mich daran erinnern bin gestorben wie denn was denn wo denn warum denn wer denn weiß nicht pokémon xy was so gut hatte nintendo das ja gar nicht in planung gehabt so ein spiel zu bringen mit den namen was alles so was wollte ich jetzt eigentlich so alles machen wir können schon theoretisch den danischen boss machen es geht und möchten ja im ernst ja so verarscht mich der war nicht stärker als ja ok denn lasst aber noch so machen vorher irgendwie wird man prima blaue pilze mit was braucht man alles für einen heiltrank weder auch schon glaube ich wollte mal ich frag mal ein guido sind ja ach so blau ach so ja ich will gerade sagen blaue waffeln noch mal ja gut waffe leute gibt niemals bei 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 dings einen blauen waffeln das ist jetzt ein bisschen jetzt tun sie es ist recht ich brauche ich glaube wir brauchen die normalen pilsen waffeln haben wir die normalen nur mal 87 java aus dem erz und weil ich sage nicht die spitzhacke machen ich weiß es nicht also welchen was mein zählt in schottelbos da kann man sich da jetzt mit dem erztappchen spitzhacke machen weil dann würde ich das war so wenig aber das ist gar nicht mehr für für teil gerecht hatte außer für ein schwert was es war von dem ich gespürt ich weiß nicht ob du ja was produktiv ist wie eben die dinge aus der frage glibber ich brauche glibber und gläser glibber und gläser ja was ich was ich sagen wollte war wenn wir denn zum dann schon gehen gehen wir an einer geschlossenen gruppe wie sie gehört und da machen wir uns auch so dass wir auch holz und alles mitnehmen uns davor eine base bauen können damit wenn tot nicht 300 meter 1000 laufen müssen ja klar gut schön dass wir uns da verstanden haben und ich muss jetzt irgendwie ein paar dings töten ein paar schleimhies nicht mal welche finden würde ja wenn man welche sucht sind sind keine da wie immer eigentlich wollte ich eine brücke bauen dann kam alles anders hast du cool hast du glibber ich ja wie viel das ist ja für die allgemeinheit ich werde reingeboren moment bitte moment bitte ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg was andere andere warte sagst du nicht es war drin zweimal fälle voll portion und extrakt die nato war hast du acht glibber gegeben danke dass du mir alles gegeben muss so jetzt brauche ich noch glas 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 bräuchten also ich habe ja und sind ja schon flaschen ist cool die man mit gedacht ich habe ja auch noch eine flasche und zwar andere pumpkins dings bringt mir eigentlich gar nichts schade ist so stark wie die eisen ja ich weiß aber die eisen hat ein bonus von zwei abwehr plus und jetzt gibt eine stimme flöten ich wollte mir jetzt am nächsten ach hier haben wir gleich wasser ist perfekt warte bitte ich sagte wir gehen in geschlossene gruppe geschlossene gruppe geschlossene gruppe könnte ich für uns drei jetzt einigen kann man versteht die nicht geschlossenes gruppe so mit euch rumpimmeln hat er jetzt krieg ich mir alleine rumpimmeln doch was ok ist dass da ist ein stein snowflings was ist das ist ein stein ein stein der weisen nein na gut ja ich weiß man nicht witzig blablabla muss man nicht erzählen so was bringt das ach das ist das brauchen wir für mechanischen wormen das ist schon mal cool und für den platte spinne acht da vorlösen dass ich was vorladung der brain of cthulhu ok also brauchen wir das schon mal gut muss man uns merken ja ich weiß es schwer kenne ich ich mache dann schon mal so eine spezial kiste für den items wie später mechanischen wort man da lässt falls es keinen stören sollte ja also ich komme den schon mal zu so und andre muss auch mal nach stürmen bett hast du nicht ne nope gut das habe ich zum glück im inventar ohne ich werde so aufgeschmissen okay gut andre kommt jetzt auch mit also rumspinnen oder aufhören nix nix so ich will jetzt wissen was diese extraktor ist andre man sogar bist du schon da nein ok es ist ja doch ganz schön weit weg ich hatte auch ein bild noch gefunden was für ein bild zum bild was zum fick ist das wenn ich das wüsste was du siehst ja genau egal kommen einfach herrn bist du da bist ist schon nacht bis dahin kommen kämpfen eigentlich perfekt theoretisch der theorie also ich bin jetzt jetzt bin ich da ok also 3000 noch was füße vor mir ist nicht so toll aber ja gut kann man nicht machen hat jemand eigentlich schon eine statue gefunden ist nicht ok hätte sein können hätte 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 gut aber was schon mal feststeht wenn ich irgendwo mal laut bin bei irgendwen habe ich rückkopplung so ich weiß aber nicht bei wem sag mal was ok wo du hast du diesmal dich wieder genug selbst gehört ok nix nicht bei mir naja ich glaube warum was hast du getan du musst ja irgendwas getan habe ich habe ein mikrofon müssen weiter weg von mir gemacht ja sprich ich habe mich nicht doppelt gehört sprich du wirst doch dran schuld ach ja was vergisst es das nennt sich physiologe physische kriegsführung oder von dummheit ich glaube ja so kann man es auch nennen aber alter kannst du nicht machen nicht mit mir ach so weit war ich gar nicht bis ach hier endet der gang ich lauf den gang die ganze ja ich hätte ja lieben gerne irgendwann schon mal weiter gebaut aber ich kann noch nicht dazu jaja erinnerungen face monsters waren böse gibt es jetzt eigentlich überhaupt noch korruptoren denn nicht nur doch ja eigentlich schon irgendwie nicht keine ahnung irgendwie ist unsere welt voll komisch weiß nicht ach vielleicht liegt das daran dass wir jetzt auch eine komische bio andere biome ach keine ahnung letztendlich braucht man ja für den mechanischen mechanischen warum jetzt die komischen roten komischen teile und nicht mehr die roten flash flashes ja er gibt bitte gas weil es wird gleich nacht und du sollst ja wirst im kampf schon da sein also ich sehe schon mal auf der gröte hatte ich kann nicht reden auf der größten pff der fick dich achja keine sorge ich bin op andrea tot ne 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 ihr werdet schon sehen was ich meine damit ja andrea tot andrea hat irgendwie was in der goldenen kiste gefunden was ihn angeblich op war nein 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 das war etwas anderes es war einfach in meinem inventar goodie back war alles was war das goodie back habe ich gerade recht sich gemacht und dann ist etwas rausgekommen was ist das für ein baum ja sogar tolle rückwände gemacht ja wir brauchen noch rückwände licht Möbel zum glück habe ich alles mit ich bin bald da kannst du mal hier die baumstümpfe da unten weg machen und alles ja ohne gleich den boden zu zerstören bitte setzen neuen boden bitte setzen neuen boden ein bitte setzen dank so ich glaube so ein schwuler tisch hat schon reicht so jetzt brauchen wir noch rückwände ich habe nicht gefurzt das klang nur so ja ist wirklich so ja achso du brauchst grad rückwände das ist ja nice so licht brauchen wir auch noch licht spawnset perfekt so ich bin hier du bist da ich guck mal wie sieht das jetzt scheiße aus der alte mann lebt auch noch na alter mann ich kann mich nicht ach coole türen gleich mal mitnehmen einfach mal polo spielen hey es ist mitgekommen nein ich habe auch nichts gegen polen äh da ist so eine komische höhle muss man nicht in die Handtasche ja sorry tue mir leid also ich habe leichte vielleicht polnische wurzeln ach mein gott so wo wird es eigentlich kämpft drauf oben ne drauf oben vor allem tolles deutsch ey polo deutsch toll äh warst du eigentlich schon mal weiter rechts ja war ja laut deinem robs hier schon laut deiner garderobe so guck mal ah ne marinenblume marinenblume was sind das für komische geräusche äh äh er atmet oder es atmet mein gott es atmet es atmet es atmet wie kann es 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 nur tun essen essen so eisen kann ich auch ein bisschen mitnehmen eisen eisen ist gut eisen ist sehr gut bin fast da eisen ist sehr sehr gut ähm leute kennt ihr kennt ihr kennt ihr flüssiges ähm flüssiges flüssige flüssige weiße schokolade ja nein nein ich weiß dass du dich damit sehr gut auskennst ne kenne ich nicht hin so auf der arbeit hat ein kumpel sowas der versuchst damit seinen kaffee der hat jetzt ungefähr noch warte ja 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 warte das ist ja auch e und der typ hat äh ja gut vielleicht noch so fünf zentimeter unten vom flaschendings äh noch drinne und wir hatten irgendwie heute so von wegen den gedanken die wette zu machen dass ich das auf ex trinke und dafür zehn euro und zehn euro bekomme jetzt ist die frage ist das jetzt so gesund ich meine danach hätte ich so einen zuckerschock der ich tot wäre ein 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 kann ich das mal kurz haben das letzte ein kann ich das mal kurz haben ich kann doch jetzt schlecht mit meiner komischen gabe hier und was machen doch wohl bleibt ich kann das mal kurz aber ich kann ja